Wieso vergesse ich eigentlich jedes Mal die Aufnahme zu starten? Warum? Ja, Stream an, hören aus. Merkste. Ja, also wie gesagt, ich liebäugle mit Sid Meier's Starships. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es noch nicht mal gekauft. Ich werde es mir mal angucken. So, dann machen wir mal hier die nächste Quest, gehen wir mal ab. Quelle des Verderbens. Das ist ein guter Hinweis, beim nächsten Stream bitte sofort am Anfang in den Chat schreiben, Amras Aufnahme starten. Damit ich das auch ja mache. Weil ich kriege es nicht auf die Kette. Die Leute, die den Stream nachdickelig auf YouTube schauen, die verpassen grundsätzlich die ersten 20-30 Minuten. Entschuldigung, es tut mir doch leid, ich mache das doch nicht mit Absicht. Aber ich trinke hier die ganze Zeit Tee. Starships sagt mir gar nichts. Hallo Mandelev. Ich grüße dich. Ja, das ist relativ aktuell rausgekommen. Ist jetzt auch nicht so angepriesen worden und war nicht so in der Marketing-Maschinerie, sage ich mal, wie das andere Spiele durchaus sind und waren. Aber nichtsdestotrotz, es erinnert mich vom Spielaufbau an ein altes Star Trek Spiel, was ich gespielt habe, wo mir gerade der Name nicht einfällt, weil es schon so lange her ist. Auf jeden Fall, naja, wir kolonisieren andere Welten, wir suchen, katalogisieren quasi das Weltall, treffen auf Gegner. Diese Kämpfe werden in Rundenstrategie ausgetragen, es ist aber genauso auch ein Teil Wirtschaftssimulation dabei, sage ich mal. Also die Welten, die man kolonisiert, die muss man, da muss man sich auch drum kümmern. Und ich bin sehr, sehr gespannt. So, kein Mitleid, keine Gnade mache ich jetzt mal rein für den tödlichen Fluch. So, kein Mitleid, keine Gnade. Kritische Treffer gewähren euch kurz Kampfvorteile gegen kritisch getroffene Ziele. Jap, 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 jap. Wobei, macht das jetzt schon Sinn? Wir sind bei 32% Crit-Wahrscheinlichkeit. Jeder dritte Treffer ist ein Crit. Ähm, vorher hatte ich drinnen den tödlichen Fluch. Euer Hexenmeisterfluch fügt Zielen, die nicht bereits von eurem Hexenmeisterfluch betroffen sind, zusätzlichen Schaden zu. Das heißt, dass der Fluch einfach ein bisschen Damage macht, das ist jetzt nicht so wichtig. Da können wir ruhig schon kein Mitleid, keine Gnade reinnehmen. Gut, wir sind schon Stufe 55, wir sind schon so gut wie Stufe 56. Jetzt werden wir allerdings eine Zeit lang nicht mehr aufleveln, weil wir jetzt in den letzten Dungeon des Abgrunds gehen und dann haben wir den Abgrund endlich hinter uns. Wobei das Gebiet, was danach kommt, es kommen noch drei Gebiete theoretisch und davon mag ich eigentlich nur eins. Also, ja, ich glaube hier nachkommt Mount Hote-No, Feuergebiet. Ähm, auch nicht so mega pralle. So, Twisted Fane betreten. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Dungeon ist. Ein Pokémon-Projekt vielleicht mal. Ist schwierig, wenn dann würde ich gerne ein 3DS-Projekt machen, aber ich will es nicht oder ich werde es nicht emulieren. Und ich habe keinen aufnahmefähigen 3DS und den werde ich auch in absehbarer Zeit nicht bekommen, weil er erstens ausverkauft ist und weil er zweitens schweineteuer ist. So, rundenbasierte Strategie, gelle. Ja, so ähnlich genau. Star Citizen sagt mir natürlich was. Ich bin auch am überlegen, mal einen Stream zu machen. Ich habe mir die Demo von, wie das, Sid Meier, von Civilization Beyond Earth runtergeladen. Da ich vorher nie ein Civilization gespielt habe, bin ich da auch nicht. Also, manche sagen, es ist nur ein Add-on zu Civilization 5, was zum Vollpreis verkauft wird. Ich würde es mir gerne mal antun. Ist auch runden Strategie. Ja, können wir vielleicht mal in einem Stream ins Auge fassen. Ich muss mal sehen, vielleicht schaffe ich es in nächster Zeit regelmäßiger zu streamen. Ich hoffe es. Also, ja, jetzt ist es ja schon an zwei Tagen hintereinander streamen. Das gab es ja, glaube ich, noch nie. Hashtag Premiere. Ähm... Was hat der Tee mit dem Vergessen zu tun? What? Spiel doch mal Super Meat Boy. Nein, ihr wollt mich nicht in einem Hardcore-Platformer sehen. Wollt ihr nicht. Welcher der beiden Werte ist eigentlich die Crit-Wahrscheinlichkeit? Ähm... Also, das sind nur die reinen Werte, die man durch Fähigkeiten und durch Attribute hat. Die genaueren Auswirkungen stehen zum einen da, wenn man drüber fährt. Also, hier haben wir 8% kritische Treffer nur durch die reine Fähigkeit. Da kommen dann noch andere Faktoren mit drauf, aber im Endeffekt steht die Crit-Wahrscheinlichkeit hier unten. Bei Offensive und Heilung. Und Angriff-Heilung ist so ein Gesamtwert, ähm, an dem man auch ganz gut abschätzen kann, abseits des Ausrüstungswertes. Ähm, der ja sowieso in, äh, naher Zukunft abgeschafft wird. Ähm, ja, hat man hier diesen Angriff-Heilungswert. Ich weiß nicht, ob der dann auch abgeschafft wird. Ich hab mich da noch nicht so mit befasst. Jap, jap, so ist es. Das zur Info. Ja, wenn noch Fragen sind, immer her. Ich probiere ab und zu mal rüber zu schielen in den Chat. Und ich hab keinen Plan. Ist das Feuer freigeschaltet, oder muss ich da erst hinlaufen? Okay. Äh, ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Hier können wir hochgehen und haben nichts davon. Boah, was ist das für ein Dungeon? Bums, Schnauze halten. Häm, euhh, 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 euhh. Au, 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 au. Da sind die in meinem Rücken gespawnt Die Schweine Oh, ich sehe Ich packe mal gleich den Krempel, den wir gar nicht erst anziehen können, weg Wie gesagt, durch das Verkaufen von dem Zeug Dann auch noch unidentifiziert Ich habe eh schon 56 Gold Das ist mehr als genug Ähm, ja und damit Verdienen wir uns jetzt auch nicht dumm und dämlich Warum hat der gerade auf meinen Fluch nicht reagiert Ah, Moment Haben die sonst immer nur direkt auf den Fluch reagiert Weil der Schaden gemacht hat Ach, das ist ja krasser Shit Dann war die Fähigkeit, dass der Fluch Schaden macht Ja eigentlich, ähm Der größte Schwachsinn Den ich hätte drin haben können Gut, hätte man mit ein bisschen Nachdenken auch selber drauf kommen können Ja Aber, hallo, wer denkt denn hier schon nach Ist da oben was? Ja, da ist was Die Quelle des Verderbens finden Was ist denn das? Gewölbeerkundung Yay, wir haben Steine umgeschmissen Was ist das? Leichnermutter suchen Oh, zwei grüne Sachen Sehr schön Spielst du eigentlich Magic? Nein, spiele ich nicht Ist das eigentlich normal? Verzeihung Dass meine allererste freie Fähigkeit immer noch die ist Die am meisten Schaden macht Ne Ist nicht ungewöhnlich Ist bei vielen Klassen so Dass tatsächlich die ersten Fähigkeiten Die man bekommt Auch relativ lange die besten sind Das ist nichts Ungewöhnliches Du hattest doch bei früheren Projektwahlen Also die, bei denen Mass Effect rauskam Mal Pokémon Weiß vorgeschlagen Ist das für dich keine Option mehr? Hm, ehrlich gesagt nicht Ich finde, äh, die Dafür sind die neuen Generationen auf dem 3DS einfach zu gut Ähm Klar wäre Pokémon Weiß sicherlich auch eine Möglichkeit Aber Ja, muss man Muss man schauen Ehrlich gesagt Gibt es da einige PC-Spiele Wow Da kommt der Laser Ähm Die ich noch lieber spielen würde Und für Pokémon Habt ihr ja Sui Der weiß eh besser als ich Was er tut Also Das klingt doof Natürlich weiß er besser als ich Was er selbst tut Aber nein Ähm Er weiß es bei Pokémon halt auch besser Ich kann verstehen, dass einige auch gern von mir Ein Pokémon Projekt sehen würden Das steht aber So ehrlich muss ich ja sein Steht auf der Agenda Nicht ganz oben Truhe Aber ich wollte euch ja mal zeigen Ähm Ja XY und Oras rockt Genau Ähm Ja jetzt habe ich vergessen Was ich sagen wollte Ist auch egal Vielleicht fällt es mir wieder ein Wenn nicht Dann Habt ihr Pech und ich Pech Weil ich auch nicht mehr weiß Was ich sagen wollte Bäm Das macht viel mehr Naja nicht viel mehr Spaß Aber es ist viel einfacher Wenn unser Fluch keinen Schaden macht Um einiges einfacher Dann können wir hier zum Beispiel schon süß rumfluchen Oh Ist unser Begleiter tatsächlich So gut Dass er die Gegner da vorne bindet Ist ja Weltklasse So und hier sehen wir schon so einen ollen Schlund rum Äh Liegen Ich habe seit heute etwas Probleme mit dem Hals Ich befürchte ich werde krank Das mag mir nicht so gefallen Ah Und jetzt schenke ich erstmal T nach In diesen Instanzen In den Dungeons Spawnen keine Gegner nach An denselben Stellen Da kann man mal kurz ein Päuschen einlegen Und ich glaube Wenn wir mit dem Dungeon fertig sind Dann muss auch mal eine Pipi-Pause her Hashtag Pipi-Pause Denn wenn ich hier die ganze Zeit Tee in mich reinschütte Tee treibt mächtig So da hinten ist noch ein Paket Ne ist ein toter Abenteurer Naja im Endeffekt ist auch ein Paket Es kommt was raus So Ich weiß immer noch nicht Was hier Wer hier der Endboss ist Wie kann ich denn Ich habe das eine Million Mal gespielt Gefühlt Und weiß hier nicht Wer mich als Boss erwartet Eins Zwei Drei So ihr könnt mal gehen Und den Intellekt-Räuber Bearbeite ich mit Le Strahl Friss Le Strahl Und friss Le Wie heißen das Le Tödliche Flammen So sieht es aus Ja Attackennamen sind beim Hexer noch nicht so sicher Bei mir Da weiß ich eigentlich gar nicht wie irgendeine Attacke heißt So was war das Die brauchen wir eigentlich nicht Die Grimoires Vielleicht sollte ich sie dann auch mal nicht einsammeln Weil wir haben ja ein mitlevelndes Grimoire Deswegen würde ich fast sagen Entsorgen Entsorgen Ich könnte auch diese Hier guck mal hier Tragbare Altar Braucht kein Mensch So Das ist schon mal Boss Ne Das wäre ein sehr kurzer Dungeon Ne Ich sehe mich noch nicht Die laufen so lustig Ihr seid lustig Ähm 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 Das ist ja Schlechte Idee So Oh alle tot So Identifikationsschriftrollen nehmen wir gerne mit Auch wenn wir die dann sobald wir Stufe 60 sind Nicht mehr gebrauchen können Da gibt es dann wieder neue zum Identifizieren Gewölbekunde Kaputt Gewölbekunde Tschüss Nerdbeere Viel Spaß beim Film gucken Alter Spiel Please Danke Hoffentlich ist die ganze Krankheit Nene Ist nicht übers Internet ansteckend Ein tragbarer Altar Mit dem tragbaren Altar Den kann man Ähm Sich hier hin Ähm Pflanzen quasi Kann ich ja mal zeigen Wenn wir noch einen finden Und dann Ähm Wird Ähm Dann kann man beten Das ist genauso wie ein Feuer Er heilt ein bisschen Zwar nicht so stark wie ein Feuer Und man kann ihn überall hinpflanzen Wo man will So Hallo Hallo Bam Ich schmeiße mit Händen Weil ich es kann So Bei einer Stunde Werde ich Äh Cutten Heißt Heißt das Äh Dass die Leute Die das auf YouTube schauen Kein Zweieinhalb Drei Stunden Das habe ich früher gemacht Ähm Einige haben Anregungen gegeben Das vielleicht anders zu machen Und ich sehe das ein Also mich selber würde es nicht stören Ähm Weil ja YouTube merkt sich sowieso Wo man stehen geblieben war Ähm Auch bei anderen Ja Auch bei langen Videos Kein Problem Und insofern Aber es ist ja auch kein Problem Es sind zwei Klicks Und dann habe ich Äh Die Aufnahme gestoppt Und eine neue gestartet Ähm Nein Ich spiele Pokémon Nicht Competitive Ich habe es Irgendwann mal Kurz angefangen Und Competitive Auch gezüchtet Eine Zeit lang Aber ähm Das ist einfach zu zeitaufwendig Wenn man Nebenbei noch andere Spiele spielt Sage ich mal Oder Eine Gilde in einem MMO hat Das hat sich dann so ergeben Und das macht mir auch Ein bisschen mehr Spaß Als Pokémon züchten Um ehrlich zu sein Ähm Ich mag Pokémon Die Spielserie Wunderbar Toll Ich mag sie wunderbar toll Ich mag sie gerne Ich spiele sie gerne Ähm Hab auch Bäh Kommt einer angerannt Hab auch ein bisschen Ahnung Vom Züchten Aber wirklich nur Ähm Ja das Äh Beschränkt sich in der Tat Auf das Nötigste Sehr gut Ich wollte nur den Kleinkram Down haben Oh Ultra Nervig Warum hat Der Kuhangriff Jetzt nicht getroffen Friss das Ja pack dir wieder Deinen Hals Und hol Irgendwelchen Schleim raus Sterben wäre eine gute Maßnahme Das tust du auch genau jetzt So und ihr seht Äh Die sind eigentlich Wenn sie alleine sind Überhaupt keine Gefahr Man kann den Angriffen Sehr leicht ausweichen Weil sie ähm Weil sie ähm Weil er sie sehr lange Castet Das ist alles Überhaupt kein Problem Gibt es hier hinten Irgendwo ein Paket Oder ist doch wie Wie geschaffen für ein Paket Ist aber kein Star Also auf jeden Fall Ist der Dungeon hier Bis jetzt Der einfachste Im Abgrund Zumindest haben wir hier Bis jetzt am wenigsten Probleme mit Abstand Vielleicht sind wir auch Einfach ein bisschen Also wir sind definitiv Ein bisschen stärker geworden Aber vielleicht hat das auch Recht großen Einfluss Hallo und tschüss Dieses Geschrei Wenn manche Gegner sterben Ist gruselig Ah hier Tragbare Altar Pass auf Kann ich mal zeigen So Man pflanze hier So ein Ding hin Und dann seht ihr Kann man hier Theoretisch kann man beten Und wenn ich jetzt Schaden hätte Würde es mich auch hochheilen Und was anderes ist es nicht Ich brauche die Dinger nicht Manche nutzen sie An Orten Weil sie nicht Weil sie nicht Zurück reiten Oder zurückreisen wollen Wo irgendein Feuer ist Ich sehe das nicht so eng Ich habe da jetzt keinen Stress Wenn ich in der Protectors Enclave Also in der In der größten Stadt hier Wenn ich da mal zum Feuer reiten muss Zum Beten Dann muss ich mir nicht irgendwie Auf dem Marktplatz Ein Altar aufbauen Das brauche ich nicht So Und das sieht doch aus Wie Bostür Wumms Wumms So Mächtiger Heiltrank Ein blauer Ring Sehr schön Schriftrolle Tränke nehme ich alle mit Grüne Gürtel gucken wir uns auch mal an Und den grünen Gürtel gucken wir uns auch an Was sagt das Inventar Drei freie Plätze noch Ja pass mal auf Hier Sechs Silber Geh weg mit dem Scheiß 57 Kupfer Noch weniger Oh das ist ein bisschen was wert Das können wir mal lassen 97 Kupfer Weg mit dem Crap Ja Auch weg Auch weg Oh hier ist noch so ein Grimoire Das brauchen wir auch nicht Guten Hunger Utsisch Falls du noch da bist Ja ist ja erst zwei Minuten her Was war eigentlich mein erstes Artefakt Äh Ziemlich sicher Dass Ähm Also Auf Ähm Auf dem ersten Charakter Wo ich eins hatte Wahrscheinlich die Laterne der Offenbarung Die man sich halt damals Als die Ähm Als die Laternen Als die Artefakte eingeführt worden Direkt holen konnte Die Quest gibt es heute noch Wo man sich die holen kann Und ich glaube Da habe ich mir als erstes Tatsächlich die Laterne der Offenbarung geholt Ach Jetzt weiß ich es wieder Der Boss ist Ich glaube nicht wirklich schwer Aber ein bisschen nervig So Hier müssen wir die Kristalle kaputtbäschen Weil Solange die noch da sind Oh Das war unnötig Muss ich die wirklich Na Ja ich muss die wirklich kaputt machen Das wollte ich jetzt hier nur nochmal Sicher Äh klar stellen Bäm So Um den Loot Um den Ganzen Können wir uns aber später noch kümmern Huch Verfluchter Kristall Stirb Manchmal sieht man die Lebensleiste Von den Dingern einfach nicht Au Wow Ihr haltet aber viel aus Freunde Fällt mir aber auch nicht so Äh Hallo Spiel Bitte Katzin Geh weg Ah Spiel Mal die Kanten hier weg Boah So Ich muss mit meiner Ausdauer ein bisschen haushalten Oh Gott wie viele Gegner sind das denn Bitte Ihr seht man hat hier so mega viel mit den Ads zu tun Ähm Dass man eigentlich kaum dazu kommt Sich mal um den Boss zu kümmern Weil halt immer irgendwie Ads da sind Ich mach dem Onkel hier kaum Schaden Ähm 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 So Jawohl Jetzt hab ich endlich mal Kurz Schaden Single auf den Boss gedrückt Oder drücken können Das war sehr schön Ich hab grad keine anderen Attacken ready Außer meine Mausangriffe Autsch Aber wir verlieren Erschrecken wenig Leben Also entweder weiche ich wirklich so gut aus Oder die übliche Vermutung Dass unser Lebensentzug zu hoch ist Aber gut Das hat super funktioniert Und wir bekommen einen Nothic Helm Den wir nicht brauchen Deswegen lasse ich ihn auch einfach liegen So Und dann kümmern wir uns jetzt mal Um den Krempel der hier rum liegt Eine neue Main Hand Das ist schön Ja Zeug Grüner Ring Haben wir gleich erstmal jede Menge zu tun Mit der Ausrüstung Ne Das lassen wir Das wollen wir nicht Da hat sich noch irgendwas hin verirrt Ja Blaufeuer Insignien sind auch für ein Popo So Was kriegten wir in der Truhe War das eine neue Rüstung Es war Schwelende Kälte Ein Gürtel Mit 841 maximalen Trefferpunkten Naja Naja Wir gehen mal raus Wir sind fertig im Abgrund Wuhu Ähm Hm Hm Der Stream bleibt zumindest bei mir Manchmal einfach stehen Ich weiß nicht woran es liegt Ob es an Hitbox liegt Bei mir läuft es Recht stabil Meine Webcam ist asynchron Die ist immer asynchron Keine Ahnung warum Die hat keine Lust synchron zu sein Die ist immer ein bisschen hinterher Hm Achso schreibt auch der Meister Wake Vermutlich an deinem Internet Das hab ich nicht Doofes Dorf schreibt der LeWutz Ja wir sind ja hier in Deutschland Ähm Was die Was die Die Internetgeschwindigkeit Auch auf ländlichen Gegenden angeht Wir sind ja was Wir sind ja dritte Weltland Ähm Was die Infrastruktur angeht In Sachen Internet Da können wir uns von Amerika Zum Beispiel eine große Scheibe abschneiden Auch von anderen Ländern Wo die Wo einfach Auch kleinste Haushalte In kleinsten Dörfern Eben mächtig hohe Geschwindigkeiten haben Österreich Schweiz Hat Also meines Wissens nach Größten Teil sogar schon Glasfaser Und wir haben hier noch Unsere schöne Holzleitung Es gab keine offensichtliche Quelle Für dieses Übel in der Twisted Fame Derartiges habe ich befürchtet Aber wie dem auch sei Die Vernichtung Hallo Schnitzel So 7500 Erfahrungen Und zwei neue Quests Das ist jetzt nur noch Abgeben Das lehne ich mal ab Das ist die Gruppenquest Also das Gewölbe im Gebiet Die Zauberpesthöhlen Das wollen wir nicht laufen Ähm Aber den Abschlussbericht Oder Abgrundbericht Im Abgrund Kann meine Erforschung Der Zauberpest weitergehen Und die Pommes Habt ihr die Mitglieder Der Narbenkompanie Inspiriert Und ihnen Hoffnung gegeben Den Kampf fortzuführen Nun solltet ihr jedoch Zu Webel Nox zurückkehren Es interessiert ihn sicherlich sehr Was wir hier entdeckt haben Ja An alle die das vielleicht Auf YouTube gucken Und sich wundern Warum ich das gerade geschrien habe Das war ein kleiner Insider Äh Im Chat Nein ich bin nicht Gänzlich bekloppt Nur ein bisschen So Reite ich zurück Nö wir nutzen Äh Ich hab noch zwei Portal Ähm Teleportrollen Zur Protector's Enclave Und eine von denen Nutze ich jetzt Tschüss Abgrund So Dann gehen wir jetzt Zu Noxie Aber erstmal Gehe ich zum Zu meiner Äh Meine Nachrichten Überprüfen Denn ich habe mir Ist es das Nein ist es das Nein ist es das Äh ich habe In Mit einem anderen Charakter Mit meinem Hauptcharakter Ein Level 60 Ähm Helm gefunden Auch noch von dem Auch noch von dem Rüstungsset Was ich sowieso Letzten Endes Gerne hätte Wobei sich das Ähm Ja Anfang April Wenn das neue Modul Rauskommt Das glücklicherweise Verschoben wurde Finde ich echt gut Ändert sich das ja eh Alles Aber so lange Sammle ich das noch Soweit es mir möglich ist Jaja Abgrundbericht Wenn es nach mir ginge Würde die Narbenkompanie Viel mehr Unterstützung bekommen Aber unglücklicherweise Wird Hauptmann Markkopf Und sein Gefolge Von den Machthabern Als entbehrlich angesehen Dieser Schande Zum Trotz Habt ihr euren Anteil Da unten Aber anscheinend getan Gut gemacht Entschuldigung So Feuer im Berg Ein Feuer im Berg Wir haben Berichte Von einer Zwergenexperi Ganz kurz was schauen Ich glaub wir müssen Erst nach Rothy Valley Eine Gruppe Waldläufer Hat berichtet Dass in das Bauerndorf Von Rothy Valley Eine gewaltige Sklaven Expedition Der Drow Eingerückt ist Ihr Einmarsch In die obere Welt Könnte die gesamte Schwertküste Ins Chaos stürzen Die Waldläufer Werden von einem Elfen Namens Dasser Trubow angeführt Den ihr in Helms Holt Bereits einmal gesehen habt Er wird euch mehr Über die Situation dort Ja den haben wir In der Tat schon gesehen Jetzt guck ich mal Ganz kurz Rothy Valley Stufe 52 Kommt das noch Vor im Abgrund Offensichtlich Habe ich Rothy Valley Vollkommen übersprungen Auch wenn es da Weniger Erfahrung gibt Weil es niedrigleveliger ist Machen wir das jetzt Trotzdem Der Vollständigkeit Hullbar Dann gibt es mal Ein Hotel nur später So yay Meine Sammlung ist Etwas reicher geworden Dann würde ich sagen Reisen wir direkt nach Rothy Valley Nehmen da die Quests an Und kümmern uns um Unser Inventar Und um unsere neue Ausrüstung dort Ähm Mit dir würde ich noch Nicht sprechen Schupptidu Und schupptida Rotze Valley Na da sind ja wieder die beiden Richtigen im Chat Beisammen Drow greifen am helllichten Tag Ich hätte nie gedacht So etwas einmal zu sehen Korrelon sei gepriesen Wenn Neverwinter euch Zuhilfe geschickt hat Dann wird dort der Ernst Der Lage wahrhaftig Nicht unterschätzt Beim ersten Angriff Der Drow Dachte ich Dass es sich nur Um eine Sklaven Expedition handeln würde Aber ich habe die Lage Wohl weit unterschätzt Drow greifen mit Aller Macht an Und was auch immer Ihre Absicht ist So steht es nicht gut Um Neverwinter So Waldläufer suche Ich habe einige meiner Waldläufer zum Sammeln Von Informationen Ins Ackerland im Westen Geschickt Aber nicht alle Sind zurückgekehrt Ich habe schlimme Befürchtungen Bitte findet heraus Was ihnen widerfahren ist Die Waldläufer So Nach Abschluss Ihrer Aufgabe Bericht An meinen Stellvertreter Imbrus Erika Erstatten Okay Oh sorry Zu früh weggeklickt Plünderer von Rotzer Valley Sklavenhalter der Drow Führen Überfälle In ganz Rothy Valley durch Aber ich habe Nicht als Waldläufer Für einen Angriff Mein Stellvertreter Imbrus Erika Arbeitet an einem Plan Aber er benötigt Für alle notwendigen Vorbereitungen Mehr Zeit Ihr könntet Ihr könntet uns Die nötige Zeit Verschaffen Indem ihr Einige Sklavenhalter Der Drow Im Ackerland Westlich Von hier erledigt Sucht hinterher Imbrus Erika Im Südwesten Des Ackerlands Auf Und helft ihm Wo ihr könnt Okay Ja die Wok WM Ist heute Und Huch der Amras Nicht mehr bei Twitch Habe ich was verpasst Ja du hast Verpasst Dass ich jetzt Auf Hitbox streame Mir gefällt Hitbox einfach besser Weil die Verzögerung Geringer ist Und ich mag Das einfach lieber Und auch sonst Hat Hitbox Einige Komfortfunktionen Mehr Und Ja Deswegen bin ich Auf Hitbox Oder zu Hitbox Oder wie auch immer Man es nennen will Gewechselt So wir haben hier Zwei Quests Wollen uns aber Erstmal Um unser Inventar Kümmern Wir haben nur Zwölf Rollen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Ja das reicht Zwei noch Übrig Rollen sind wir Ein bisschen knapp Okay Verteidigung Robustheit Lebensentzug Nehmen wir Natürlich auf Jeden Fall So Haupthand Ist auch Besser Zwar kein Lebensentzug Mehr Aber in den Sauren Apfel Beißen wir Einfach mal Dafür kriegen wir Jetzt Lebensentzug Auf der Rüstung Und Lebensentzug Auf dem Gürtel Es sei denn Da kommt noch Ein anderer Hier ist noch Eine Rüstung Die gleiche Okay Ring mit Kraft und Rüstungsdurchdringung Okay Und beim Zweiten Ring Müssen wir mal schauen Haben wir einmal Verteidigung Und einmal Verteidigung Dann würde ich doch Fast sagen Wir nehmen Nicht Verteidigung Denn der Blaue ist besser Den wir haben Lebensentzug Bewegung Kritische Treffer Erholung Lass ich mal Crit und Erholung Was haben wir Lebensentzug 1-3 Hallo Lässig Da brauchen wir Gar nichts mehr Ey Alter 216 Erholung 216 Lebensentzug Okay Dann können wir Den Rest Verscherbel Hab ich irgendwas Übersehen Vergessen Dich Packe ich mal Hier unten Hier sind so ein paar 60er Gegenstände Die ich schon Gefunden und Rüber geschickt Hab Nö Rest verkaufen Wir Fein Weg 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 Die Verzauberung Natürlich nicht Ist ja klar Die nutzen wir Gleich noch Um Das zweite Artefakt Schon mal Zu Ja Versuchen Aufzuwerten Weil wenn wir Stufe 60 sind Können wir ja Drei Artefakte Tragen Insgesamt Und da hab ich Einfach schon mal Ins Vorbereitung Noch Das ist aber Hat aber noch Einen weiten Weg Vor sich Bis Zur Blau Also Aufwerten Bei Rang 29 Und den müssen wir Auch erst auffüllen Also eigentlich erst Bei Rang 30 Oder es wird dann Rang 30 Und blau So Können wir mal Veredeln Dann könnten wir Auch nochmal Ist die Stunde Schon rum Beten Feuer 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 Und nachdem Ich gebetet habe Na Jetzt aber So Veredeln wir noch schnell Die Astral Diamanten Und dann kurz Aufnahme stoppen Und dann kurz